Herzlich Willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 weiterhin mit Klaus und Jan. Jawoll. Alter, ich will dir die Zeit rennt schon wieder, ne? Ja. Ja, zwei Folgen noch mal bis jetzt. Ja, bis jetzt, aber wie schnell? Ja, ich hab fast gar nichts gemacht hier. Ich hab auf einem Feld hier ein bisschen rumgeguckt. Ja. Ja, dasselbe kommt mir genauso vor, aber in dem Sinne hast du ja genug getan. Du hast die ganzen Kühe, die haben jetzt Nahrung, die anderen Tiere. Weißt du? Ja. Ja. Dann musste ich die Hänger natürlich auch wieder wegbringen. Ja. Ich hab kein Fahrzeug hinter mir. Ich darf doch hier drauf fahren, oder? Seid grün! Danke. Okay, ich muss also reinfahren ins Lager, Leute. Hier kann ich nichts in Schweinscheine, Rind und Dingens, das kann ich dann hier hinladen. Okay. Ja gut, fahren wir da jetzt mal hin und holen. Die H-Milch und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, Klaus. Ja, klar. Ja, bei 1.1, wo wir die getestet hatten, da gab's einen Stapler. Vielleicht guckt ja der Modder nochmal rein, der hat uns ja auch ganz höflich geschrieben. Mein absoluten Respekt, dass du wirklich jemandem auch eine Antwort gibst. Ähm, und mit dem Bier komme ich drauf zurück. Auf jeden Fall, äh, da gab's einen Stapler bei 1.1 und hier bei 1.2 ist das jetzt, ne? Haben wir den nicht gefunden. Wurde der rausgenommen, weil der Buggy ist, oder? Weil der war schon ziemlich episch, wo wir die Map getestet hatten. Äh, klar. Nein, das ist aber eine Fummelarbeit, das ist nichts für mich. Oh, Klaus, das passt haargenau. Oh, die fliegt weg. Oh, oh, ich hab sie gerade oben drauf. Du könntest sogar mehr wie eine nehmen. Muss ich mir mal gucken, die Schandtaten hier, was du hier machst. Ja, musst du in den Dingen steigen. Ich fahr aber gerade weg, ich bring die gerade weg. Ja, ja, ich bin da schon hier rum, hab die hier gerade schon gesehen. Ich hab gerade die Gabel zu schnell hochgeschmissen. Und jetzt hab ich das Ding da oben drauf liegen. Äh, was einfach genial ist, finde ich, dass es so geil funktioniert mit den Dingen. Alter, mein Stuhl rastet heute wieder ab. Der ist dann im Stream nichts gewesen, Alter, gar nichts. Ja, das kann man ja mit Emile machen. Wieso? Kannst du dich vor den Behälter stellen. Und dann kannst du eben was fixen oder was das ist. Das ist schlagseitig zu viel. Deine Mutter kann nicht. Ah. Labe wieder, scheiße, labert ihr, ne? Zack, weg ist die Milch. Äh, was ist denn? Äh, was ist denn? Ja, jetzt sagst du, bin ich im Lager, Klaus. Perfekt. Geht. Ne? Wollen wir denn gucken gerade? Äh. Das müsste harmlich im Lager sein. Komm, 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 komm. Sorry, Leute, wenn ihr immer hört, dass ich... Nein. Nein? Ja, ich hab auf jeden Fall was ins Lager gemacht. Hm. Wenn ihr immer was hört, dass ich mit dem Drehstuhl fahre, Leute, mein Drehstuhl sackt immer ab. Ich bin zu fett geworden, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ich hab heute noch nichts gegessen. Ja, gestern fett Burger King gefressen, alter Stuhl bleibt oben. Ey, guck mal, das zeigt sich nicht, wie das auffüllt. Ja, ich weiß. Aber wenn du dich hier vorstellst, hier vor so'n Behälter und du duckst, ne, kannst du M drücken. Fixbehälter, ich mach mal. Drücke 3. Drücke F. Lol. Da geht hier der Button auf. Das ist hier dieses komische Gerät da, Klaus. Der Gerät? Der Mixfeeder ist das. Ach so. Ach, stimmt, ja. Oh, nee, ist halt auch schon, 16%. Ja, ja, ja. Schön einfädeln, ja. Oh, zack, und gleich den nächsten. Oh. Milch homogenisiert steht da drauf. Homo. No homo. Aber die Behälter sehen fast aus wie so der alten Betonklötze als Gewichtklötze. Findest du? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mit einem fahren ist besser. Ja. Oh. Weil bist du den da draufgezogen hast, bist du hin und her gefahren. Ja, klar. Obwohl du dich hinpackst. Einmal komplett um die Halle herumfahren. Ich muss auf Klaus warten, sonst kommt der nämlich nicht mit in der Halle. Ja. Ja. So, jetzt fahr ich hier rechts. Und weg ist er. Aha. So, und wenn du jetzt hier guckst. H-Milch-Behälter, 4000. 8%. Jo. Aha, aha, aha. Funktioniert halt schon mal. Ja. Schon mal der erste Teil, der eingelagert wird in dem Sinne. Was ich auch cool finde, dass es wirklich funktioniert. Ja, klar. So, ich will mal weiter Mais sehen. Nur so? Ja, wenn wir jetzt natürlich langsam anfangen und das immer weitermachen, dann füllt sich ja auch nach und nach das Lager, ne? Ja, klar. Ich muss erst mal wegen Tiere wieder gucken, ob wir was nachkaufen müssen. Oh ja, hier, guck. Meinst du, der Metzger war schon wieder da? Ja, Masthühner schon wieder, waren nur noch 92 statt 100. Masthühre sind auch schon wieder zwei tot. Masthlamm sind auch schon wieder zwei tot. Oder geschlachtet worden. Masthschaf, Schweine auch. Haben durch Suizid des Gang. So. Und wieder ein paar Sachen nachgekauft. Ja, was wir bald müssen, sind auch die ersten Kühe, die alle hier hochbringen. Was ist jetzt los? Herzlich Willkommen. Nee, weiter geht's. Ja. Ja, Spiel reingeschissen. Namens Ultratempo. Ja, ich nenne jetzt den Absturz Ultratempo. Okay. Weil Jan zwischendurch auch abstürzt. Ja. Hm? Ist doch so, oder nicht? Nein. Hey, was ist das? Wenn du die Kanne falsch nimmst, Klaus, hebt das Fahrzeug ab. Äh? Oh, jetzt hab ich ihn. Jetzt ist er durch die Gegend geflogen. Ich hing ihn fest irgendwie. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, das Teil wieder aufzuheben. Ich glaube, mit dem Stapler wäre das echt cool gewesen. Ja. Das ist leichter. Cool. Mit Merlo geht das auch gut. Aber leichter gewesen, glaube ich. Alter, wenn ich hier noch länger arbeite an diesem Milchtank, alter, pinkele ich mir gleich in die Hose. Äh, Jan, was machst du denn gerade? Stehen? Oh, oh Gott. Was tut er? Stehen? Ja. Warum? Ihn verbrauchen. Was verbrauchen? Benzin! Zeige ich jetzt nicht zu. Oh, faul ist auch, tut wieder nix. Oh, oh. Oh, oh. Bleib hängen, bitte. Bitte, 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 bitte bleib hängen. Oh, oh, oh. Müsste gehen. Wenn ich den kann. Äh, flippt sie durch die Gegend. Scheiße! Scheiße! Mist! Hätte ja klappen können. Was sind das denn hier für alles noch für Ladestellen? Klaus. Hm? Hier sind ja überall noch grüne, äh, gelbe Markierungen in dem Lager. Mhm. Wenn du nach links fährst. Da muss man doch auch irgendwas abladen können, ne? Komm, mutig sein. Wie soll ich den jetzt die Scheiße da mitnehmen, Mann? Ja, genau so. So geht dat. Wollte mal einer sagen, ich kann das nicht. Komm, nimm sie. Nimm sie an. Bitte. Bitte, nimm es an. Nimm es an. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ah. Wer hat's gemacht? Die Schweizer. So. Die Schweizer. Oh! Wer hat den Pfeiler kaputt gefahren? Klabuhr. Au! Ach, der gar sieht aus wie eine Kotze. Echt? Jo. Okay. Muss ich den gleich noch machen? Äh... Lalalalalala... Lalalalalala... Was ist so viel? Der Ultra macht ja gerade sowieso nichts. Ich könnte nur mal mit dem Grober herkommen. Noch genug zu tun. Wir müssen auch noch krass weiter einfahren. Luzerno muss gedüngt werden, gesät werden. Oh! Eieieieieieieieiei, jawoll. Ha, ich kann es ja doch. So. Ich glaube, ich sollte ein bisschen höher machen, Leute. Nicht, dass es... Ah. Okay. Ich habe Lecks. Internet-Lacks. Ich glaube, Unity Media streckt so langsam. Jeden Tag Videos hochladen und dann jeden Abend noch ein Livestream. Ich glaube, so langsam fangen sie aus Spacken an, Alter. Du verbrauchst so viel Datenvolumen, mein Freund. Geht euch ein, schrubben. Zack, nächste H-Michtrinne. Klaus hat das Spiel verlassen. Standard. Ja, 15 Uhr. Nee, hee. Was sind wir noch? Ich bin ja extra schon stehen geblieben, hab extra drauf gewartet. Du hast extra schon immer noch keinen Router neu gestartet. Nee. Ich hab Alzheimer. Ja. War gestern. Du musst das dann machen, wenn du Samstag morgens zur Arbeit fährst. Ja, konnte man hinkriegen. Weil zu der Uhrzeit, wenn du dann rausgehst, bist du sowieso nicht an Rechner. Nö. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wie viel normale Milch? Äh, komm. Synchronisiert das denn mit anderen Spillern? Okay. Okay. Haben wir jetzt... Normale Milch ist gleich auch rum. Temperatur 137 Grad, Alter, im Programm. Alter, haben wir jetzt bei 137 Grad. Wird die echt bei 137 Grad gemacht? Äh, Quatsch. Steht er? Nein, stimmt immer nicht. Google ich gleich. Ich glaube, die wird auf 60 oder 65 Jahre mit die pasteurisiert. Ich glaube, das ist zu wenig. Die sterben ja keine Bakterien ab. Die durchs Kuhäuter gelangen. In dein Gesicht. Okay. So, letzte Kanne. Die anderen lassen wir dann da erst mal stehen. Wie viel Milch haben wir denn schon wieder bei den Kühen? T-t-t-t-t-t, t-t-t-t, t-t-t-t-t-t... 36.000, leck mich an die Füße, Alter. Hallo, Infotafel, bist du bald fertig? Fertig. Da kann man was auch um den Bildschirm rausstellen. Du musst einfach weiterspielen. So viel Input, ja. Ja. Es ist aber schon viel abgestellt worden. Ja, klar. Die ganzen Maschinen, also ein bisschen der Maschinen haben ja schon was. So. So, dann sage ich erst mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich komme ja wieder. Ich muss einfach was erledigen. Jawohl.